Sind die lost? Jetzt mal ganz ehrlich, die denken sich so, ey jo, die können wir besiegen. Wir sind aber irgendwie zu 8 oder so. Wir sind 8 oder 9 Leute. Und ihr glaubt wirklich, ihr zwei Handelskünstler uns besiegen? Der eine ist sogar schon besiegt. Was seid ihr für Luftblasen? Ihr könnt ja gar nichts. Geht wieder nach Hause in euer Kindergarten, dann könnt ihr mehr spielen. Guck Так, coit coincide. Das ist ein Wunder. Ich bin vor dem Übergang. Ich bin nur für die Ahnung. Das ist ein Wunderer, und ich bin überrascht. Das ist der Wunderer für dich. Ich werde die Frau verletzen. Sie sind die Verletzigen der Verletzigen? Ich werde diese Frau nicht wegnehmen. Was? Wenn ich meine Frau hier wieder zurückkehren, dann kann ich meine Frau wiederkommen. Sie haben so gesagt. Ich bin wieder zurückgegen. Und die Leute, die Leute, die sie auch geben können. Wir werden hier nicht verletzen. Aber bitte, bitte. Ich will nicht, dass die Leute sagen, dass sie nicht verletzt werden. Warum? Das ist wichtig, dass der Herr Schuss zu der Freych minut die Worte zu einem Herrschuss, der Herr war weiß. Die Herr Schuss zu sagen, aber du Carest nicht sovienden. Nein, je weiß nicht mehr, dass ich trage mich nicht sovrappere. Lass es sind, dass ich... Der Mann, der ist nicht sovrschluss. Die Mann, der Mann, ist schlecht, aber das ist passiert. Das ist ein Schmuck. Und der Geist der Reden, die die Kulchel vorabbrulte sind. Dann ist der Kind und der BK-1 für an Wunschtern. Geist von den BK-1, wenn du unsere Kulchel und in den Kulchel gehörst. Der Bekörstliche Kulchel kam. Sie sind sie vom Wunschternsektor. Ja, aber die welche Kulchel und die Kulchel-Kulchel bin, wo es sich von denen von denen Sie sind? Ja, Kirito. 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 Alles klar, damit sind unsere Aufgaben klar und bekannt und dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Gehe zur Ulpa, ja das würde ich auf jeden Fall heute noch machen. Die wahre Aktionskirche, das kann ich doch mit Sicherheit hier aus der Karte, von der Weltkarte und genau mich dann hierhin teleportieren. Oder sagt mir das Spiel, nein darfst du wieder nicht. Doch, uh, ich darf. Spektakulär. Das Gebiet sieht auch wieder ziemlich groß. Sie sind abgekürzt und zack, sind wir auch schon da. Da ist Sicherheit eine Ulpa, die wird zwar ziemlich overleveled sein und ich könnte ziemlich oft die immer bekommen, aber hey, das kriegen wir schon hin. Und dann, let's go der Hase. Besiegen wir euch komischen Eisenkrallenfasane. Oh, die konnte man schon direkt alle in den Buch setzen. Den auch. Interessanter Start. Keine Ahnung von wem die an den Angriff jetzt kamen, aber auf jeden Fall schon mal positiv zu sehen. 37 sind die und wir sind zwischen 31. Boah, Linus 31. Zwischen 31 und 36 sind wir. Also etwas anderen Level sind wir. Ging natürlich auch dementsprechend Damage. Aber das geht immer schon hin. Dann geht's down. Angriff wurde abgebrochen, aber jetzt ist er down. Außer weicht aus, was ich jetzt nicht so cool finde. So, weg. Also wie gesagt, ich werde dann zum nächsten Stream auf jeden Fall mal ein bisschen leveln. Dass ich denn auch auf einem ordentlichen Level bin. Was mir auf jeden Fall jetzt gerade nicht gefällt, ist mir gefällt, dass mir die Gegner gerade so viel Damage machen. Oh, Linus gerade sogar gestorben. Das ist auf jeden Fall nicht positiv, besonders weil der mich da jetzt in die Luft gedonnert hat. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Gegner besiegen. Also wir haben gerade erstmal die Hälfte. Okay, ich habe ja auch einen schönen Gegner besiegt. Oh, jetzt. Jetzt X kommt. Ich mache doch X jetzt. Ja. Ja, aber es macht halt auch insgesamt nicht so viel Schaden, muss man ja sagen. Was auch so ein Problem ist bei dem Spiel. Okay, dass man, obwohl man diesen Bruch tatsächlich hat, macht man insgesamt nicht so viel Schaden. Auch wenn er jetzt plötzlich gestorben ist. Aber ich glaube, das ist einer von meinen Team-Membern, die die Attacke macht. Ich weiß nicht, ob das Vater Nemo ist, die da tatsächlich so eine Mega-Attack rausdonnert. Weil ja Linus gerade paralysiert war. Es könnte vielleicht sein, dass es Vater Nemo ist, die da so eine extreme Mega-Attacke hat. Die tatsächlich alle Gegners für kurze Zeit stunnen kann. Hier schon wieder. Also es wirkt auf jeden Fall ziemlich auffällig. Die Ulpa steht ja da vorne noch. Deswegen werde ich die Special jetzt für die Ulpa aufwenden. Aber meine Special ist ja jetzt voll. Leider kann ich da erst nur so langsam hinlaufen, was auch ein bisschen eklig ist. So, jetzt Vater Nemo. Teaser müsste ich mittlerweile schon fast auf dem Max-Level haben. Deswegen wird es vielleicht so sein, dass wir bei Teaser nicht mehr so oft in der Party haben. Weil ich sie dann halt schon auf Level 5 habe. Dann bringt es ja auch mehr nicht, wenn ich dann sage, okay, ich nehme sie trotzdem noch in die Party mit. Könnt ihr bitte auch mit angreifen? Etze. Die einfach jetzt nur daneben standen und gar nichts gemacht haben. Ich finde diese Pflanzen einfach nur übertrieben langweilig. Besonders, weil die halt auch nur dastehen und nichts machen. Es ist halt super unspektakulär, gegen die Viecher zu kämpfen. Und so macht das halt auch nicht so wirklich Spaß. Weil es ist halt nur ein stumpfes Draufkloppen. Auf die Gegner. Und mehr ist es halt nicht, ne? Ist ja nicht so, als würde irgendwas Action-basiertes passieren. Sondern der Gegner steht halt da und macht nichts. Und das ist halt super unspektakulär, ne? Ich weiß nicht, ich meckere darüber immer, aber man muss halt das kritisieren, ne? Ich kann ja nicht sagen, das Spiel ist super toll, wenn es nicht so der Fall ist. Ich habe nämlich vorhin in einigen Stunden gehört, dass sie das Spiel super toll finden. Wo ich denn halt sage... Was zur Hölle? Okay, keine großartige Zwischensequenz oder so. Sondern, jo, geht weiter. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Das sieht auf jeden Fall noch machbar aus. Da vorne, 200 Meter. Hat jetzt gerade überlegt, ja, dann könnten wir auf jeden Fall den Stream jetzt beenden. Aber, ja, wenn da vorne noch was ist, dann können wir das auf jeden Fall noch machen heute. Da vorne ist, glaube ich, auch ein Speicherpunkt, genau. Da können wir dann gleich den D nutzen. Fürs Ending. Für die Leute, die auf YouTube sind, für die geht es ja nächste Folge dann noch weiter mit den Zwischensequenzen. Und für euch auf Twitch geht es dann halt erst in vier Wochen weiter erst. Ja, hier sind wir hier. Kirito! 火大木… ライトに入れされ! おいおい!そんなのありかよ! 救世主様に申し訳が立たないぜ! まったく… お前らしいと言えばお前らしいですが… 人に当たったらどうするのです? 絶対当たらない… そのつもりで撃ったからな… 意味が分かりません… くそ!収穫間近だったってのによ! やっぱりあんたらは身を集めてるのか… 一体何のために… はっ!言うわけねえだろ! お兄さん? あ、君は… メディナといつも一緒にいた… 久しぶりですね! あれ?あの花はどうしちゃったんですか? 切られちまったんだよ! そこの黒髪の坊主に! お兄さんが花を切った? あなた… メディナ殿の居場所を知りませんか? 私たちはずっと… 彼女のことを探しているのです… ご命令で… 知らない人に喋っちゃダメだって言われてます… メディナさん… この子にまでこんな命令は… 俺たちは… 友達のメディナに会って話をしたいんだ… 教えてくれないか? 友達… そう… お兄さんは… メディナ様のお友達ですよね? ああ… そうだけど… では… 知らない人ではありません… 私たちは… 砦にいます… 砦? おい! 何言ってんだよ! 知らない人に話したわけではないので… 救世主様のご命令には背いていません… あなた… なぜ? メディナ様は… みんなでいるのに… ずっと寂しいお顔をしています… 皆さんに会ったら… また笑ってくれる気がして… あ… 私はここに用事があります… なので… 一緒にはいけません… 十分だ… ありがとう… いいえ… あの子… 西帝国には… 現在使われていない砦があります… そこへ向かいましょう… ああ… 彼女のためにも… メディナに会いに行こう… 砦を目指すんだ… 基本で… この世経済み aus…… テwindり的パゲットたい… 私たちの扇棒を始めない… … あ… そこが等 redistdensrangよね… .,… jargon… たぶん… but… throughout… レタ曲… ちょっと分吸いません… もう… 30分… まだ… FFORD… 何… war sogar so schlecht, dass es einfach mein Mikrofon zerstört hat ach ja, du mich auch so, das war es also für Sword Art Online Alicization Lickerys für heute, wie gesagt, für die Leute hier auf YouTube zu gucken, nächste Folge geht es dann mit diesen nervtötenden Zwischensequenzen weiter und für die Leute, die auf Twitch zu gucken, wie ich schon sagte am 19. Februar geht es dann weiter, 19 Uhr wieder 19. Februar, 19 Uhr, also das solltet ihr euch wirklich sehr gut merken können 19. Februar, 19 Uhr ist mit Sicherheit eine Zeit, die man sich locker merken kann und ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit bei diesem Livestream von Lickerys und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin und schau, euer Flui bis hier Berlin